Jeder Husten soll behandelt werden, um Komplikationen zu vermeiden. Einen trockenen Reizhusten behandelt man, damit die Patienten nachts schlafen können, damit der Hustenreiz sie schlafen lässt und damit sie genesen können. Ein produktiver Husten wird behandelt, damit der Schleim sich lösen kann, indem sich Bakterien ausgezeichnet vermehren können. Der Schleim kann abgehustet werden, die Symptome gehen zurück, Komplikationen wie Chronifizierung oder gar Lungenentzündung werden auf diese Weise vermieden.